Lutschkern ist geil. Es ist ein einziges Lutschkern. Es ist etwas Neues für Luxemburg. Und ich liebe es. Ganz super. So wie immer auch schon den ersten Mal zu machen. Mittlerweile haben wir uns ganz viel mehr Programme dran. Lutschkern ist eine sehr gute Konvention. Sehr schön, sehr sympathisch. Nicht nur von mir, aber es ist wirklich ganz gut hier. Wir haben die Leute verheiratet. Wir haben die Stadt ganz nett und froh gelost. Und merci, dass ihr gekommen seid. Für alle die anderen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Lutschkern!